Also muss man direkt geradeaus weg sind sinken bisschen sinken sehr schön okay das heißt also ich brauche eine batterie du willst du mich verarschen du willst Batman Arkham Asylum Platinum auf der PS4 spielen das schwierigste sind eigentlich die Challenge Karten ich habe aber meistens Struggle gehabt an einer wo die ganze Zeit Elektroböden kamen oh nee ich muss den irgendwie zum Lachen bringen warum ist hier gerade wartet mal ganz kurz hier ist irgendein Mist fiel in mein Zimmer geflogen piss dich ich lebe unterm Dach ich muss Fenster auflassen so so oh nee wie soll ich das aktivieren wenn der dauernd zum Gebläse kommt theoretisch nee das kann ich nicht kombinieren wenn es jetzt sich geht ob bien wie schon Wollen wir gleich was anderes machen? Wollen wir hier irgendwas anderes machen? Ich frage mich echt, ob das... Das geht nicht. Okay, das... Hm... Dann... Probier ich den andermal, schaue ich mir erst mal an, was ist denn da drüben? So... Warum ist jetzt hier... Warum ist jetzt hier, dass ich mich schwer machen kann? Wenn es da eigentlich drüben gebraucht wird. Ah! Ich glaube, ich erinnere mich an das da. Ja... Das war doch, äh... Hier, hau den... Lukas. Oder sowas. Ne, komm. Was? Ich glaube, die ganzen Channel... 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 Äh... Channel-Karten sind schön. Äh... Es gibt ein paar der Karten, die sind super, super easy. Piece of lemon squeezy. Und ein paar, die haben es in sich. Zum Beispiel auf... Eine der letzten Stealth-Karten auf Extrem. Wo man in diese, äh... Bei der... Punke ist. Das kennt ihr besser. Vermutlich soll ich mich von weiter oben laufen. Ach, so wird's nix. Dann reden wir doch mal erstmal über dir. Ach, das sind diese Blamphibien, okay. Ich hab ne Idee. Um mich von ne... Höheren... Position aus zu droppen. Ne? Ach, Mist. Was willst du denn? Hallo, was willst du? Ich krieg mich da grad ne Kloschüssel an, oder was ist das? WTF, Alter? Ich kann gar nicht in den Chat gucken. So, warte mal. Man muss die alle machen? Ja, man muss alle machen. Wenn man, äh... Also nicht die DLC-Karten, aber die schon. Wenn man, ähm... Platinville. Bam! Geht er! Weight Watchers ist der Trick. Wir sind echt voll in die Front... zwischen die Fronten eines Bürgerkriegs hier geraten. Oder eines intergalaktischen Krieges, will ich ja. Was ist denn mit euch schon wieder? Die immer mit... Äh, äh, äh! Kummer Punkt, würde ich sagen, krieg ich die Pimpanellen. So, wisst ihr was? Wir machen... Komm, wir sind heute so gut drauf, wir machen gleich noch eine Frustaufgabe. An die hier erinnere ich mich, nämlich diese scheiß verkappte Minigolfspiel. Was ist eigentlich der Zwischenstand? In dieser Galaxie? Näh, dem Gesamtspiel scheint. Drei. Ja, 10 von 25. Ich würde gerne nur mal irgendwie Energieerweiterung finden, ne? Und Schmetter... Ah! Und, äh, Schmetterlinge. Damit ich auch mal an die anderen Aufgaben gehen kann. Und ich merke gerade, ich muss meine Sitzposition wieder ändern, weil mein Bein schon wieder am Einschlafen ist. Das ist echt der Scheiß, wenn man alt wird. Ich weiß. Die Gliedmaßen wollen nicht mehr so. Höher hat Glied gesagt. So. Ist das hier ein Fangsamer, oder was? Salaam Aleikum. Oder so. Die hat den Golfball echt in eine Toilette da abgelegt, ja? Kannst du nicht mitgehen? Doch? Okay. Oops. Ich habe die Misgender gesehen. Ich habe die Misgender gesehen. Ha! Angemäße Kleidung. Ich bin ein Nudist hier, wie du siehst. Ich bin ein Nudist hier, wie du siehst. Ha! 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 Ne. Ich habe böse Erinnerungen an dieses Golfspiel, weil hier einfach alles runterfallen kann. So. Bis darunter muss ich ihn befördern. Ich mag ihn nicht mit Kraft schlagen. Weil ich habe da auch in Erinnerung, dass es dann in die Hose geht. Manchmal, wie sie geschmeidig hier. Zwei Minuten müsste eigentlich machbar sein. Aber trotzdem. Ich habe echt keine guten Erinnerungen daran. Besonders wegen diesem Abschnitt jetzt. Gleich, gleich. Der fällt schon raus. Ha! 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 Oh, Jesus. Die lassen das Tor runter. Ha! 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 Du hast es da durch zu navigieren. Ha! 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 Na gut, dann machen wir doch mal mit Schwung. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Stimmt, wenn wir dauernd die falsche Schulter fassen, ne? Ha! 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 Wenn ich in der Mitte durchruhen könnte, wäre das halt am idealsten, ne? Ha! Hier ist der Ball. Pfff! Pfff! Nein, der will schon wieder da lang, ne? Geh mal hier in die Mitte. Komm, lieber Ball. Sei so gut. Ha! 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 Nein! 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 Das war zu viel Sprung. Ja, ist ja gut. Chill mal deine Regeln. Ha! 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 Was ist da runter? Ich würde es gerne in die Mitte boxieren. Ha! 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 Und da bleibst du von mir aus. Ja! Das Problem ist nur wenn dieser Heini in der Mitte aufwacht. Ha! 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 ganz geschmeidig. Nicht darunter, nicht darunter. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Die Windmülle ist so assig, gell? Wer hat sich denn die bitte ausgedacht? Stopp, 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 stopp. Halt! Halt, bleib hier. Kann ich vorbeischießen? Das wär's halt, ne? Nee, leider nicht. Zu schade. Ich hätte so gerne die Kugel da hinten dran wuchsiert. Na gut. Das Frustrierendste daran ist nur, wenn ich jetzt halt Missbau und ausscheide, muss ich das alles nochmal machen. Hey. So, machen wir erstmal die Heinzel hier weg. Komm, das sollte ich jetzt aber schaffen, oder? Ey, wenn du mich jetzt noch killst, ne? Sauhund, ey. Komm schon. Ball. Rein. Juhu. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie gefühlt, als ich das vor Jahren gespielt habe, hatte ich da viel mehr Trial and Error Passagen gehabt. Vielleicht werde ich immer versuchen, alles mit Kraft zu machen. Malte, komm, die Einsicht. Talepo. 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 Tali. 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 diese diese energie leisten erweitern jetzt frage ich mich doch aber hier denn bitte irgendwo eine kaputte batterie rum damit ich drinnen im gefängnis diese aufgabe machen der fall so dass da haben wir auch noch nicht irgendwo mal landen gleich war sonst ja der nächste hit kilgt mich! mit Sicherheit! nein 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 Hallo Ich fall runter hier! Ich hab's mitgemetallt ein bisschen. Das ist voll tricky, doch. Nicht, nicht, hu, hu, hu. Wir, you know what, ich weiß, was wir jetzt machen. Komm, wir cheesen das jetzt hier. Mit der Energie. Ah, ich verstehe. Hier muss erst freigeschossen werden. Mit dem Schiff. Dann machen wir mal ein paar Aufgaben mit dem Schiff. Ich finde ja eh dieses Arrangement, was jetzt gleich kommt, wieder zu geil. Hey, meine Güse, wie auch schön. Nein, 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 nein! Oh! Schalten wir uns erstmal alles wieder frei, dass ich nicht nur mit dem Schiff schmeichern konnte. Ich weiß zwar nicht, warum das alles hätte gut, aber... Ich will die Federn haben. Ich hätte aber echt schwimmen können, dass ich gedacht hätte, dass ich alles eingesetzt habe. Hier ist irgendwo noch ein Geist, ne? Ich will die Federn. Ich will die Federn. Ich habe die Federn. Ich will die Federn.